Die AfD kommt in der Sonntagsfrage mittlerweile auf 18%, liegt damit vor Grünen und FDP und gleichauf mit der SPD. Wir wollen wissen, warum ist das alles so? Und dazu sind heute Abend bei uns die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katharina Dröge, der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion ist da, Christian Dürr, die Autorin und Journalistin Jana Hänsel, der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor und der Soziologe Steffen Mau. Und wie immer. Die AfD war natürlich nicht eingeladen. 19% in den Umfragen reichen ARD und ZDF mutmaßlich nicht aus, um den Medienstaatsvertrag zu erfüllen. Macht nichts, wir wachsen auch ohne euch.